Alle Verehrern, ich rufe jetzt die Namen auf und Sie melden sich laut und deutlich mit hier. Verstanden? Hier! Was ist die Ambo im Vorhinein? Nein, einen Strauß. Ja, was wollen Sie denn damit? Ja, sehen Sie, ich dachte mir in meinem Sinn, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Sie! Das ist Beamtenbestechung! Oh! Der ist wohl aus Koblenz, was? Bring's auf meine Stube. Wie heißen Sie denn? Sauerbier. Sauerbier, so sehen Sie auch aus. Kipfel, Hugo. Hier. Bunsenbrenner, Willi. Hier! Hirsekorn, Werner. Hier. Mensch, du bist bescheuert, machen Sie den Schirn zu. Es regnet. Natürlich, wenn Sie ihn zu haben, merken Sie es besser. Ich verbitte mir jeden Humor. Schickler, Anton. Hier. Nehmen Sie Hand aus dem Gesicht, wenn Sie mit mir sprechen. Mensch, wie sehen Sie denn aus? Er hat gesagt, in der Kaserne war er mich fertig. Na, da können Sie Gift drauf nehmen, Mensch. Butterblume, Einrich. Hier, hier. Sie sind einmal hier, das genügt mir schon. Sie sind einmal hier, das genügt mir schon. Vielen Dank.